Und was habe ich mir noch dabei gedacht bei diesen Büchern? Ich bin ja Mama von vier Kindern und habe mit ihnen die Schulzeit durchgemacht. Die sind jetzt alle erwachsen. Aber ich habe gesagt, wie sie holpern und stolpern über gewisse Sätze, wenn er ewig lang ist oder über getrennte Wörter. Diese Dinge soll die Schule regeln und nicht ich, wenn ich vorlese oder wenn ich mit meinem Kind gemeinsam lesen möchte. Ich bin eher so, dass ich additiv bin. Das heißt, mit mir kann man Spaß haben beim Lesen, eine Freude haben. Wie gesagt, ich habe mir was dabei gedacht. Darum habe ich kleine Absätze gemacht. Ich habe immer wieder positive Affirmationen oder Sätze hervorgehoben. Man kann mit den Kindern so langsam lesen lernen. Nämlich zum Beispiel, ich lesen einen Absatz und du lesen einen Absatz. Oder du die bunten Sätze und ich der Rest. Und so habe ich mir das dabei gedacht beim Schreiben und beim Format und beim Aufsetzen. Und so sind die Bücher mit ganz viel Liebe entstanden. Und ich habe mir ganz viel dabei gedacht. Jau, das Love is 3. Ja. Und so ist es, wenn ich mir mit mir gemacht habe, Vielen Dank.